Hallo und herzlich Willkommen zurück zu How to survive the storm morning edition ich bin der Onkel und wieder dabei ist der ein wunderschön und wir haben gleich das problem den wir das sicherlich in den alten folgen in den alten also gestern und so mitbekommen wir haben echt trinknot und ich habe jetzt beim testen also ich habe dazu eine review gemacht und da habe ich herausgefunden dass wir vielleicht sogar mal zurück auf die alten inseln gehen sollten um uns da vielleicht mal ein bisschen essen und trinken zu holen bin ich echt mal da bin ich hundertprozentig deiner meinung das habe ich aber beim letzten video schon gesagt dass das klasse wäre wenn wir das machen würden weil hier es gibt verschiedene inseln mit eben verschiedenen und auf der feuerinsel bräuchten wir schon genug wasser am besten im benzin kann das dann mit wasser mitnehmen oder so jetzt sind wir hier wieder in diesen komischen lager okay dann lass uns mal zurück auf die alten inseln gehen ja warte aber so schnell kann ich nicht ja also nichts was du dir mal hier rein pfeifen kannst leihschabig kannst hast du aber noch nicht gekocht ne doch das ist gekocht ja dann hau dir das mal rein dass du ein bisschen schneller laufen kannst du hast kein trinken nichts mehr halt dann lass uns mal auf die alten inseln am besten ich habe noch etwas habe ich noch am besten am besten wir gehen auf die erste insel weil da gibt es alles in hülle und fülle hallo ja ja warte aber schneller rennen kann ich immer noch gut achte du hast du hast elektrogewehr du hast elektrogewehr ja ich kann gerade nicht nur faktor muss ich jetzt mal wieder daran testen wie man hier visiert auch zwei von den affen oder warte mal und das wird mein tod sein genau von giant games der form simulator genau ja ihr wisst jetzt natürlich überhaupt nicht mehr was wir gerade sprechen und zwar vom farmsimulator nein landwirtschaft simulator 2015 den wir uns hallo und ihn hinter dir was ist mit ihr los hallo kommt weg hier mich hat er schon und noch nicht wir hätten mal vorher auf die glorreiche idee begehen könnten sollen auf die anderen inseln ja wir haben uns schon aus jeder situation irgendwie raus geschwindet geschwindet geschwundelt ich kann nicht nur noch nicht nur noch auf die sekunden in diesen anzügen hat mich dort so würdest du dann bitte gleich mit los rennen dass wir gleich rund um zum schiff rennen ist nicht möglich überhaupt nicht hast du wieder so wenig energie klar um zu rennen kann ich dann kommt dann schweig doch mal l2 los hopp 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 warum einen und wirklichen schlag ab ja also wir gehen jetzt wieder an die ganz anfangs anfang anfangs insel und dort machen uns erst mal alles voll welches ist das nachhaftes lebensmittel das archipel keine ahnung kochtes fleisch so hier kann man auch noch nicht sammeln das haben wir das letzte schon gemerkt wir gehen zurück auf holen auf der schlacht auf der schule oder so was wir sollten da haben wir ja ein zombie zombie salamander verdammt fragt meinen hilfe ich hatte nein aber wir sind schon mal auf der insel ist ja schon ein zombie salamander warum kommen wir zum dieser der mann doch weil die zombie die angefressen habe halte startet man man fakt ist aber auch dieser mann doch 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 das ist alles die 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 Boah, das fängt ja schon mal übel an. Hau ab. Du visierst mir aber nicht an. Du musst den anvisieren mit dem rechten Stick. Vielleicht soll man mal hier unten langlaufen. Warte mal, mal auf die Karte gucken. Doch, kommen wir auch lang. Was ist denn jetzt mit mir los? Brauche ich irgendwas zu essen hier. Essen. Hat keine Energie gebracht. Wie toll. Ich habe nichts zum Energieerfüllen. Hä, wo läuft es denn jetzt lang? Wir müssen hier rum. Oder? Ah, warte mal. Den nehme ich mit. Wir müssen hier hoch und dann rüber. Ne, wir müssen jetzt runter. Runter, runter. Ah ne, noch nicht runter. Erstmal die Kunden besiegen zusammen. Ich krieg mit ab. Jetzt kannst du. Jetzt geht es nicht mehr. Achso, die sind schon. Okay, wir sind aufgekommen. Haufen weißer. Du erwischst mich dann aber mit Chris. Nein, lass es doch bleiben, bitte. So. Oh, fuck. Nein, du hast mich mit. Oh, ja. Fucking. Haut ab. Ey, Cody, du musst mir ein bisschen Platz. Du musst mir echt ein bisschen Kampfplatz. Hau auf drauf. Hau doch drauf auf die scheiß Fiecher. Ich habe mein Schwert nicht drin gehabt. Nicht so. Nein. Nein. Oh, Mann. Nimm jetzt die scheiß Stromwaffe weg. Du tust mir damit auch weh. Ja, warte. Dann bleib oben erstmal. Wurde ich mal kaputt? Wieso soll ich denn oben bleiben? Ja, nicht runterspringen. Nee, du machst doch die wieder in Brand. Und dann haben wir den gleichen Effekt wie letztes Mal. Uldin, wartest du bitte mal. Ich kann nicht schnell laufen. Oh, da unten ist noch was. Wohl mal. Ich kann nicht schnell laufen. Bitte mal abwarten. Du bleib jetzt hier oben stehen. Ja, ich mach die da oben. Geh runter. Geh runter. Ich kann ja eigentlich auch immer mit Fell und Bogen, ne? Und mein Fell ist wieder. Oh. Okay, also. Müssen wir das halt so machen. Hier ist der Alamander. Hey, wie viele Pfeile braucht denn das? Mama! Mama! Was ist das? Da ist der Alamander aus dem. Ja, man muss aber aufpassen, denn deine Waffe wird auch manchmal alle... Ja. Ich verschieße meine Pfeile. Jetzt ist es tot. So, von den Viechern kann man sich nichts holen. Ich hab mir was geholt. Echt? Ich mach halt den ganzen Pfeiler wieder. Ach so. Erst mal einsammeln alle. Warte mal, vielleicht kriegen wir hier irgendwas. Ist mein Inventar voll? Ne. Ne, doch mal bitte nicht so vor, Uli. Ne, ich will nur nicht, dass wir wieder... Ja, da wirst du aber angegriffen, bevor du überhaupt was siehst. Das ist aber schon mal durch. Oha. Ja, eben. Oha. Gut. Ne. Oha. Ah, fuck. Ja, der Große ist gleich weg. Das ist nur der Kleine. Die Kleinenviecher, ey. Es geht schon wieder so übelst geil los hier. Wieso schlägt denn da eine Zombie hier schon auf uns ein? Das ist auch so unverständlich. Ich weiß nicht, die Stromwaffe ist irgendwie beschissen. Lass die mal weg. Na, warte. Wir gehen erstmal hier hoch und dann hol dir erstmal unten die Steine. Ja. Ja. Ich mach erstmal von oben die Zombies platt unten. Dann warten wir einfach, bis die abgebrannt sind. Immer ein Stück vor. Warte, ich mach mal mal zurück. Äh, Herr Onkel? Ja, das hab ich jetzt gesehen. Mach mal platt den Zombies wieder. So, Kreis. Und jetzt nötig einfach mal meine Machete. Brauchst was. Ja, also einen. Alter. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's so rufgeschlagen, aber das ist nicht gebraucht bei denen. Na, das kostet was. Oh Mann. Ey, was ist denn jetzt hier los? Warum schlägt dieser Zombie gleich am Anfang auf? Diesmal nicht. Und warum hau ich denen nicht gleich den Kopf auf wie damals? Ja. Boah. Ich mach's nicht mehr. Hä? So. In Ordnung. Warte, warte, warte. Ähm. Das ist schon toll. Okay. Und dann mitten in der Maße. Ich bleib mal oben in Sicherheit. Ich bleib sowieso mal so schnell. So. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Mach mal rein. Oh, in also. Da, tot. Warte, 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 warte. Mach mal einen mit auf Fernwaffen. Also auf Fernwaffen. Mach rein. So. Jetzt kommen wieder die Kunden an. Die Stromhelden. Nein. Wo hast du die jetzt bitte? Oh Mann. Oha. Und Salamander. Ja, nicht so weit. Nicht so weit. Nicht so weit. Ja, tot. Nein. Ach, Mann. Gibt keinen anderen Weg zur anderen Insel, wa? Nein, gibt keinen anderen Weg zur anderen Insel. Boah. Ei. Cool. Okay, jetzt warte, warte bitte. Lass uns mal mit Abstand. Lass uns mal deine Waffe stecken. Hallo. Komm, komm hier rüber. Schnell renn. Renn, 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 renn. Oder so. Renn, 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 renn. Drück. Ja. Warum nicht gleich so? So, jetzt sind wir dann auf Kovax-Insel. Hier kann man ja schon mal ein bisschen einsammeln. Das piepen hier tierisch auf die Pisse. Oh. Das Problem ist, so oft man hier noch nicht so weit ist, wo man dann hingeht, umso mehr verändern sich dann die Inseln. Also nicht vom Aufbau. Der Baumsturmvier sieht aus wie ein Toter. Hat der irgendwas mal in den Ton hochschrauben? Ich weiß gar nicht, ist der Ton eigentlich in Ordnung? Hört man da was im Stream, Leute? Also vom Spiel? Weil mir kommt es schon wieder so übelst leise vor. Huh. Wieso kann ich hier keine Waffe hin? Jetzt bitte nicht die Stromwaffe nehmen. Jetzt, komm mal hier. Warte mal da, der Baum. Genau, sieht aus wie ein Toter. So, hier kann man auf jeden Fall schon mal ein bisschen sammeln, muss ich sagen. Lass uns erstmal hier... Warte mal hier zum Beispiel, was haben wir denn da? Oh, ne Haiepflanze. Geil. Sowas hat uns gefehlt auf der anderen Insel. Insel. Ach. Ja. Kann ich jetzt wieder Grabsteine hier. Ja. Und man siehst du auf der anderen Insel nichts mehr, weil nur Grabsteine stehen. ich kann dieses knallen ich weiß nicht was das sein wird ich will das auch nicht halt halt wo ist es so ich hab wieder eine hellpflanze Mann ich hatte nur noch ganz fit so Alter Wer ist Kovac denn da kann uns überhaupt nichts mehr bieten Mussten wir ja nicht noch für die Äffchen Sachen erledigen Ja Die wollten doch irgendwelche Pflanzen haben und so Feuer Schau nix zum Wo könnte man jetzt Wasser und sowas Wasser ist hier hinten Ja aber mach mit bedacht bitte und tu nicht einfach raus löffeln weil ich brauch was Ja ne wir gehen dann einfach Heilpflanze Ich muss ja gleich wieder benutzen So und hier Heilpflanze Heilpflanze Gabs die nicht Warte mal Laufen wir nicht so schnell Gabs doch hier irgendwo den Salam äh Den Hirsch oder was war denn hier Was gabs hier Ja Ich brauch ohne einen Rucksack einen größeren Der letztens nicht geklappt Weil du einen Faden dazu brauchst und du hast den immer weg Hat schon geklappt oder du hattest keinen Faden Ich nehm schon mal Pfeil und Bogen raus Ich hab Faden oder Wo ist mein Faden hin Wo ist mein Faden hin Ich hatte ne Angel Die hab ich Uff gelöst Das hab ich jetzt Irgendwie da Rad hab ich Ja und den Draht brauchst du für den Hier ist er Koko Ach Koko Du siehst mich doch jetzt nicht So gehen wir eh so weiter Ja auf der Insel kann uns zu Glück in der Dunkelheit nichts passieren Warte mal Onkel Geben Ich hab hier Apropos Tierhaut Ich hab hier Apropos Tierhaut Mal her Warte mal Tierhaut Geben Bitteschön Und das will ich Und das mit dem Faden verbinden Und dann hast du Einen Rucksack Zusammenfügen Kann ich nur mit Machete zusammenfügen Ich hab keinen Faden Nein nicht mit Machete Dann schneidest du das Kleine Ja Und wo ist mein Faden Ich hatte doch mal Faden Hast du noch die Angel? Nö Die hab ich ja aufgelöst extra deswegen Aber der Faden ist nicht da Dann hebe ich mir das mal lieber auf und dann warte ich auf der nächsten Insel kriegen wir vielleicht noch was Hi So was mit was kann ich denn das hier verbinden? Zusammenfügen mit Oh was hab ich denn hier gekriegt Kann man mal langsam Weil ich hab dort Ich werd jetzt gleich Eisenplatte Ich hab einen nutzlosen Defibrillator Cool was hab ich denn jetzt hier Ich hab nen Ausrüsten Naja hier hier Schlüschwein Oh Mich hat's erwischt Nein lauf weiter runter lauf still schnell hinterher Oh ich hab schon wieder erwischt Wo ist es hin? Wo ist es hin? Wo ist es hin? Wo ist das scheiß wie hin? Ja Ja Lass mich mal wieder beleben Dass ich meine Wasserpullen füllen kann Geht nicht Brunnen ist alles getrocknet Dann müssen wir zur anderen Insel Ja